Servus alle miteinander, ich bin heute zum ersten Mal hier bei meinem Freund Bernhard Schober im Leistungszentrum Augsburg, Allstars Leistungszentrum Augsburg. Wir haben ein nettes Training miteinander gemacht und im Anschluss daran ein Fotoshooting, wobei ich nicht ganz weiß, was wirklich schweißtreibender war, weil unsere Fotografen Mörderisches verlangt haben, aber so ist es nun einmal. Ich selbst befinde mich in Vorbereitung auf die Europameisterschaft der Masters im kommenden Jahr, habe noch etwa ein Jahr Zeit, bemühe mich und wir machen so ziemlich das Beste draus. Mit Allstars Produkten bin ich schon zuversichtlich, dass das klappen wird. Also, bis später, Baba, alles Gute. Prost Leute.